Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview mit Gesundheitsfachleuten bei Christen im Gesundheitswesen. Mein Name ist Georg Schiffner, ich bin Internist und Palliativmediziner und ich bin seit vielen Jahren im ökumenischen Netzwerk Christen im Gesundheitswesen engagiert. Ich freue mich, heute im Gespräch sein zu dürfen mit Dr. Volker Brandes, der über viele Jahre in Hamburg Bild steht, in einer urologischen Praxis arbeitet. Dr. Brandes hat die Videoaufzeichnung von Patienteninterviews ins Leben gerufen, die im Rahmen von ökumenischen Patientengottesdiensten berichtet hatten, wie ihr Glaube ihnen eine Hilfe gewesen ist in ihrer Krankheitsbewältigung. Vor kurzem sind in dieser Reihe auch Interviews mit Gesundheitsfachleuten entstanden, was eine große Resonanz hatte. Und so ist es heute eine wunderbare Gelegenheit, in diesem Format auch Dr. Brandes und seine Erfahrungen als christlich engagierten Urologen kennenzulernen. Lieber Volker, du bist Facharzt für Urologie. Wie bist du zu dieser Wahl des Faches Urologie gekommen? Ja, ich wollte schon als Kind Chirurg werden. Immer wenn wir als Kinder gespielt haben, Rollenspiele, dann habe ich mir den Chirurgenberuf als Rolle ausgesucht und das ließ mich nicht los. Und dann, als ich mein Studium beendet hatte, musste ich mich ja bewerben und dachte, ach, ich habe Krankenpflege auch gelernt und war auf der Chirurgie im Krankenhaus Eilbeck. Bin dann dort ans Sekretariat gegangen, habe da angeklopft, gesagt, haben Sie eine Stelle? Damals war das richtig schwierig, eine Stelle zu bekommen. Und da war eine recht gestrenge Sekretärin, die sagte, nein, der Chef ist nicht da und so weiter. Und ich dachte, oh, wie ein begossener Pudel bin ich dann weggegangen und dachte, oh, da war doch noch die Urologie in der Nähe. Klopf doch da mal an, ist auch ein operatives Fach. Und die Sekretärin war freundlich, lud mich ein, ja, ja, ich sage dem Chef Bescheid. Und der nahm sich dann als väterlicher Chefarzt Zeit für mich und sagte, ich gebe Ihnen eine Chance. Und war interessiert auch an dem christlichen Engagement von mir, fragte da sehr interessiert. Und ich hatte, um es abzuschließen, mit ihm ein fantastisches Verhältnis. Also er nahm mich dann als Assistent und da fing die Urologie für mich an. Das war eine gute Wahl. Die zwischenmenschliche Ebene war ganz entscheidend. Absolut. Ja, das hat dich dann auch geprägt im weiteren Berufsleben. Ja, das stimmt. Ja, ja. Du hast ja einen beruflichen Schwerpunkt auch in der urologischen Krebsbehandlung. Ja. Mit mir als Palliativmediziner hat sich in diesem Bereich auch Zusammenarbeit entwickelt. Und wir wissen beide, dass die Arbeit mit Tumorpatienten auch belastend sein kann. Was hat dich dazu bewogen? Also wenn jemand die Diagnose Krebs bekommt, auch in unserem Fach, dann ist das eine Situation, die so anders ist als alles andere, was er bisher erlebt hat. Und irgendwie spürt man als Arzt, dass sie jemanden als Beistand auch in dieser Phase brauchen. Ja. Und das ist das Geheimnis unseres ärztlichen, unserer Tätigkeit, dass wir wirklich jemand sagen können, sie machen ganz viel durch jetzt. Und wir gehen mal an dieses monströse Wort Krebs und diesen Tatbestand ran. Und ich erkläre ihnen einiges. Und sie dürfen wissen, dass ich an ihrer Seite bleibe. Ja. Ja. In diesem Weg, den sie gehen müssen. Und das tut den Patienten gut. Ja. Ja. Das Tiefen teilzuhaben und stabilisierend wirken zu können, ist was ganz Großes in unserem Beruf. Ja. Das erlebe ich so. Ja. Ich weiß von dir, dass du bis zu den Hausbesuchen dann auch beim Menschen in der letzten Lebensphase mit großer Hingabe und großer Treue auch als biologischer Arzt für sie da bist. Ja, ich bin auch beeindruckt von der, diesen Vertrauen, was einem entgegengebracht wird, dass man auf einmal einbezogen wird in ganz, ganz intime Dinge des Lebens und dort mit sein darf. Den Trost, der in dieser Phase ja auch liegt, auch mitzuerleben. Höhen und Tiefen, das sind ganz wertvolle Zeiten. Ja. Du hast schon das Stichwort genannt, als du im Vorstellungsgespräch auch Interesse deines späteren Chefs an deinem christlichen Glauben verspürt hast. Glaube ist ja etwas, das kriegt man nicht mit der Geburt mit, sondern das entdecken wir im Lauf des Lebens, das entwickelt sich im Lauf des Lebens. Ich weiß, dass es für dich und deine Berufsausübung eine besondere Kraftquelle ist. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie das bei dir entstanden ist? Ja, bei mir ist es in der Familie entstanden. Mein Vater kam aus der Kriegsgefangenschaft, hatte in der Kriegsgefangenschaft fünf Jahre in Russland die Möglichkeit, die Heilige Schrift zu lesen. Das war das Buch, was sie dort hatten. Und das ging von Hand zu Hand. Und irgendwie wusste er, ich muss den Glauben finden. Und kam dann nach Deutschland, fand meine Mutter, die auch als junges Mädchen gläubig geworden war, durch eine Freundin. Ja. Und sie beide lebten ein sehr frohes Christentum. Und das ging natürlich auf uns Kinder auch irgendwie ansteckend über. Ja. Ein Kind glaubt sowieso an Gott, wenn es hört, dass es einen Gott gibt und die Eltern das tun. So war es bei mir auch. Und ich saß eines Tages einmal in einem Gottesdienst, dessen Predigtinhalt ich nicht erinnere. Aber ich weiß, dass ich auf einmal merkte, hier spricht mein Schöpfer zu mir. Hier ruft Gott mich in seine Nachfolge. Und dann konnte ich mit dem Pastor, der lud ein, zum persönlichen Gebet, zum Festmachen dieser Entscheidung, sein Herz, sein Leben Gott zu öffnen. Ja. Und auf diese Einladung bin ich eingegangen und erlebte einen Frieden, eine Freude. Ich hatte ja viel Freude in meiner tollen Familie erlebt. Aber das war eine Qualität, die ich so noch nicht kannte. Die war so derartig stark, dass diese Freude, das war eine Erfahrung der Liebe Gottes, glaube ich. Und das hat mein Leben maßgeblich beeinflusst. Ja. Und das hat man weiter mit dem Glauben beschäftigt und merkt dann auch, wenn man differenzierter daran geht, allein dieser Aspekt der Dreieinigkeit. Gott ist ein Gott, der die Personen dieser Dreieinigkeit kommunizieren miteinander. Und aus dieser Kommunikation entsteht Liebe oder sie ist da. Sie ist die Grundlage dieser Kommunikation. Und dann erschafft Gott die Welt und sein Gegenüber, den Menschen. Ich denke manchmal so, wenn es Wahrheit gibt, dann kann es nur die Liebe sein. Den Gott, der die Liebe ist, wie Johannes, der große Apostel, in seinem Brief schreibt an die Gemeinde, dann ist die Liebe muss die Wahrheit sein. Und der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott der Liebe. Die Liebe ist, um einen Gedanken noch anzuschließen, der mich auch fasziniert, immer noch steigerbar, die menschliche Liebe. Wir können sie immer noch steigern. Das kannst du mit dem Hass nicht machen. Der endet in der Tötung seines Gegners, im Mord, im Tod. Ist nicht steigerbar. Also das Mächtigere ist die Liebe. Und ich glaube als Christ an den Gott der Liebe. Das überzeugt mich so. Und ich glaube, dass die Patienten, die so in der Phase der Krise merken, sagt mir mein Glaube der Kindheit nicht noch irgendetwas. Und dort Fragen haben, im Herzen wissen, dass sie eine Sehnsucht nach dem Gott der Liebe haben. Ja, also du hast auch Freude angefunden, dich theologisch weiter hinein zu begeben in den christlichen Glauben. Und hast das, ich darf dich ja schon eine Reihe von Jahren kennen, wunderbar verwoben mit deinem Lebensstil und mit deinem Berufsalltag. Danke, das ist ganz bewegend, wie du das schilderst. Es gelingt ja nicht überall, dass von der Elterngeneration authentisch Glaube vermittelt werden kann auf die Kindergeneration. Und mich freut das sehr, von dir zu hören. Und da ist es gelungen. Und es brauchte trotzdem auch eine eigene Erfahrung. Ich bin von Gott gesehen, ich bin von Gott geliebt. Und die hast du vertieft im Laufe deines Lebens. Ja, also ich hatte den Begriff von Liebe, so durch die liebevolle Erziehung. Ich weiß, dass mein Vater, meine Mutter haben mich unendlich geliebt und manchmal dachte ich so, wenn Menschen mich nicht mochten oder mich ablehnten, war in meiner Seele so eine Art Virenschutzprogramm am Laufen. Du bist ein geliebter Sohn. Ja, wunderbar. Und das macht nichts, wenn die dich nicht mögen, aber du bist geliebt. Und das wusste ich von meinen Eltern. Und da konnte ich erkennen, ich hatte ja von der Glaubenserfahrung dieses Durchströmtwerden mit dieser Liebe. Da wusste ich auf einmal, das muss er sein. Das muss der lebendige Gott sein, der mich hier berührt, der seine Liebe in meinem Leben ausgibt. Ja, tiefe Gewissheit. Ja, die war unerschütterlich. Ja, wunderbar. Du hast es schon angedeutet, dein Glaube hat auch deinen Umgang mit Patienten beeinflusst. Kannst du uns Einblick geben, das sind über die vielen Jahre natürlich ganz, ganz viele Begegnungen mit Patienten, auch in der Thematik, wie Glaube an diesen liebenden Schöpfergott das eigene Leben und auch den Umgang mit Krankheit beeinflussen kann. Vielleicht fallen dir ein, zwei Beispiele ein, die du mit uns teilen kannst. Wie ist das, wenn du mit Patienten medizinisch unterwegs bist und den Glauben einbeziehst? Ja, also das Interessante ist, dass die Sehnsucht nach Glauben bei vielen Patienten da ist. Das musste ich erst mal lernen. Und dass da so ein starkes Interesse manchmal vorliegt, dass Patienten auf mich zu kommen und sagen, wie eine alte Dame, die lange wartete auf ihren Termin und sagte, oh, ich warte schon so lange, als sie in mein Zimmer kam, in mein Sprechzimmer und sagte so, ich habe eine Frage. Und ich dachte, naja, jetzt kommt eine medizinische Frage. Und es kam die Frage, bin ich eigentlich noch Christ? Also die Not, ich weiß gar nicht, ob ich Christ bin, bewegte sie. Wir konnten das klären, dass sie noch Christin war. Und sie kam dann auch in die Petri-Kirche zu einem unserer Patientengottesdienste und hatte sich irgendwie wieder versöhnt mit Kirche und hatte eine Heimat dort gefunden und sagte, das ist jetzt meine Gemeinde. War so anrührend. Ich hatte einen Nachbarn, der mit 58 Jahren schwer krebskrank wurde. Ich kannte ihn, wir grüßten uns, aber dadurch, dass er in unserer Klinik dann lag, ergab sich eine Freundschaft. Und er war sehr krank und wurde palliativ dann nur noch behandelt und alles andere war nicht mehr möglich. Und wir entdeckten, dass wir beide gläubig waren. Und das ging bis dahin, dass ich dann ihn auch zu Hause im Finale versorgte. Und er mir sagte, Dr. Brandes, jetzt möchte ich mal beten. Also da wird manchmal etwas freigesetzt. Und das Interessante war, dass er eigentlich aussteigen wollte aus seinem Leben. Er hatte schon mit einer Institution aus der Schweiz Kontakt. Kontakt, das war so ein bisschen das Bedrückende und ich habe mir das natürlich angehört und ganz freundschaftlich mit ihm geredet. Und das Interessante war, dass im Finale dieses Thema, ich steige aus, lege selbst Hand an mich, nicht mehr da war. Und er dann heimgehen konnte. Also das war wunderbar. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ich hatte mal einen Patienten an der Prostata operiert und irgendwie war Sympathie so stark da, dass wir über Jahre Kontakt hielten. Dann kam Krebs noch dazu. Dann wurde das bei ihm auch noch behandelt. Und er kam immer wieder nach Eilbig zu uns in die Klinik und hielt mit seiner Lebensgefährtin Kontakt. Und ich dachte, was für sympathische Leute sind das. Und spürte so, ich sollte sie doch mal einladen zu unserem Hauskreis. Wir hatten hier so eine kleine Runde an den Freitagabenden. Und lud sie ein und sie kam. Und so interessiert. Und er sagte eigentlich, er war in der DDR sozialisiert worden, dass er Heide sei. Er sagte, ich bin eigentlich noch Heide. Und ich merkte, dass kaum ein anderer Mensch, den ich so kenne, voller Hunger das aufsaugte, was wir so thematisch auch in unserem kleinen Praxiskreis, den Pastor Steffen, in unserer Praxis im Sinne einer Selbsthilfegruppe leitet, dass er da auch so aufmerksam die Thematik, die christliche Thematik auch aufrief. Aber immer noch sagte er, er ist Heide. Er war bei den Patientengottesdiensten dann auch dabei. Kam dann auch, als es um Segnung ging und wollte auch Segen für seine Enkelkinder erbitten und so weiter. Und irgendwann sagte ich, wir duzten uns. Hans, ich glaube, du bist gar kein Heide mehr. Ja, Gott streckt uns seine Hand aus und möchte unsere Freundschaft, bietet seine Freundschaft uns an. Wir können sie ergreifen. Du kannst sie auch ergreifen. Das wäre so die Taufe. Ja. Er war nicht getauft. Und war in der Phase schwer krank geworden, hatte ein Pankreaskarzinom, was nur noch helfend, stützend unter... Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Und es war abzusehen, dass er war mittlerweile 99 Jahre alt geworden, dass er daran auch sterben wird. Und irgendwann er nahm auch diese Anregung mit der Ausgestreckten, mit dem Bild, Gott streckt seine Hand aus, auf. Und sagte dann irgendwann seiner Lebensgefährtin zu Hause, ihr wollt doch, dass ich mich taufen lasse. Und sie sagte, Hans, so geht es nicht, du musst es selber wollen. Sie war ein bisschen resolut und hatte ein schlechtes Gewissen, dass sie ihn da erstmal so ein bisschen abgeblockt hatte. Und irgendwann sagte er, sag mal Volker, ich möchte getauft werden. Und dann hat Pastor Steffen ihn noch getauft, drei Wochen bevor er starb. Und er war überglücklich. Also da ist jemand heimgekommen. Und ich hatte immer den Eindruck, sein Herz weiß mehr als sein Kopf. Also das habe ich gelernt. Dass wir Menschen manchmal mit unserem Kopf uns noch im Wege stehen, das Herz weiß, dass es zu Gott gehört. Und dass es dahin möchte. Das habe ich bei vielen Menschen erlebt. Vielleicht noch einen Punkt, wenn man, wie wir ja in unserer Praxis auch Seminare machten, christliche Heilkunde, war das Thema. Dann wussten viele Patienten, ja, der Brandes ist ein gläubiger Mensch. Und es kam, es ergab sich, dass in einer sehr, sehr vollen Sprechstunde ein mir sehr gut bekannter älterer Mann kam. Typischer Hamburger. Ich mochte ihn sehr. So ein ehrlicher Mensch. Der sagte, meine Frau und ich, wir haben mal einen großen Fehler gemacht. Und im Kontext war es mir klar, dass er die Abtreibung dort ansprach. Er legte sozusagen diese Last auf den Tisch. Und ich dachte, er wusste, er besuchte auch die Patientengottesdienste, er wusste, dass ich gläubig war. Und ich glaube, dass er mir das deswegen auch erzählt hat. Und ich sagte, Herr Soh und Soh, wir brauchen das, sollten wir vielleicht einfach Gott in die Hände legen, diese Last. Wären Sie damit einverstanden, dass ich das in einem kurzen Gebet tun darf? Und er war einverstanden. Und da wir uns so nahe waren, legte ich meine Hand so auf seine Hand und sagte, lieber Vater, wir kommen mit dieser Last zu dir, mit dieser Schuld auch. Und bitten dich, dass du sie abnimmst und deine Hand darauf legst und vergibst. Und in dieser großen Stresssituation, also ganz viele Patienten warteten auf Behandlung, war das eine Stunde der Gegenwart des Friedens Gottes. Und wir konnten uns dann auch so ablösen. Und ich glaube, dass das Ding hatte, die Chance, ins Licht zu kommen und seine destruktive Kraft zu verlieren. Den Eindruck hatte ich so. Ja, das ist bewegend. Also gerade auch, Praxis ist voll, Sprechstunde muss laufen und dass solche Momente geschenkt werden, der Herzensbegegnung und der Begegnung mit Gott. Du hast das so wunderbar ausgedrückt, das Herz weiß manchmal schon mehr, als der Kopf wahrhaben will. Und ich ahne, wie reich die Begegnungen sind, gerade mit Patienten, die da am Suchen sind und wo du in deiner liebevollen Weise als vertrauensvoller Arzt das Herz auch wahrnimmst. Und nicht nur die medizinischen Daten. Das ist etwas Wunderbares. Du hast ein Stichwort schon verschiedentlich genannt, nämlich das der ökumenischen Patientengottesdienst in Hamburg. Du bist der Initiator dessen und es wird auch so ein Stück deutlich, was der Herzschlag ist in diesen Gottesdiensten. Die sind vor 15 Jahren entstanden und wir feiern seit dieser Zeit viermal im Jahr in verschiedenen Kirchen in Hamburg die Patientengottesdienste. Das hat sich ausgebreitet, auch auf andere Städte in Deutschland. Magst du sagen, was begeistert dich daran? Was ist so das Charakteristische an diesen Patientengottesdiensten? Ja, ich glaube, das Begeisternde ist, dass es wirklich für uns als Patienten, ich schließe mich mal mit ein, wir sind ja auch Patienten hin und wieder, manchmal mehr, manchmal weniger, dass wir alle dort eingeladen sind und dass wir als Fachleute aus allen Berufsgruppen unsere Patienten noch einladen können, sagen, das ist ein Gottesdienst für uns. Da werden unsere Anliegen aufgenommen. Wir machen es ja immer sehr praktisch, dass mindestens zwei Patienten, Patientinnen von ihrer Erfahrung berichten, wie sie letztlich das Tal, manchmal das Todestal, manchmal das Tal ihrer schweren Erkrankung, das traurige Tal durchschritten haben. Was sie da erlebt haben, was sie gefühlt haben, das soll einfach mal auch zum Ausdruck kommen. Und was ihnen geholfen hat, wer ihnen geholfen hat, da ist natürlich auch die Medizin und Pflege dabei, da sind die lieben Leute der Familie dabei, Freunde und da ist auch der Glaube. Und dann wird auf einmal deutlich, das ist ein wesentliches Element, auch der Glaube. Und letztlich soll das Beispiel derjenigen, die etwas erlebt haben auf diesem Gebiet, andere ermutigen, hier einen schweren Weg zu gehen und zu finden, eine Inspiration mitzunehmen. Ein anderer Punkt ist natürlich eine kurze, gute Predigt, ermutigend, auf Christus hinweisend, der der gute Hirte ist, uns einlädt und uns versorgt und alle Tiefen kennt. Also das finde ich auch so toll am Glauben, dass Jesus in alle menschlichen Tiefen hinabgestiegen ist, nach seiner Kreuzigung und sie kennt. Er kennt die Not und er spricht nicht wie der Blinde von der Farbe. Und versteht uns in unserer Not, das ist sehr ermutigend. Und wenn das nicht Theorie bleibt, sondern erlebt wird, ganz besonders auch in den Segnungsangeboten. Wir haben ja einen Teil dieses Gottesdienstes vorbehalten für die Segnung der Menschen, der Patienten, die mit ihren Anliegen kommen können. Und dann das Gute Gottes, die gute Nachricht, den guten Gedanken Gottes zugesprochen bekommen, den Segen Gottes, da gehen manche Herzen sehr auf. Und das, was häufig bei den Patienten ja vorhanden ist, sind Wurzeln aus der Kindheit des Glaubens, die auf einmal hochvital wieder werden und eine riesen Ressource sind. Und wie dann irgendwie eine neue Freude auch in Leid und Traurigkeit hineinfließt. Unser Wunsch ist ja, ich darf wieder mitarbeiten seit den vielen Jahren, dass die Gemeinden auch etwas zurückbekommen. Sie stellen natürlich den Kirchenraum zur Verfügung. Die Pastoren der Gemeinde halten die liturgische Öffnung, den Abschluss und die Predigt. Und aus unseren Reihen erfolgt dann die Moderation. Und wir erleben es immer wieder, dass auch Gemeinde mit einbezogen ist. Sei es in dem segnenden Zuspruch der Liebe Gottes für die Kranken. Oder sei es einfach, dass sie merken, das tut uns gut als Gemeinde. Das ist also auch etwas, was uns ja sehr auf dem Herzen liegt. Das ist wahr. Ich freue mich über die Offenheit, auch den ökumenischen Charakter. Jetzt sind wir am Sonnabend in St. Paulus, der katholischen Kirche in Bill steht. Und ich erlebe diese Einheit von uns Christen auch als sehr wohltuend und heilsam. Und auch diese feine Haltung der Pastoren, die sofort auch empfunden haben, das ist ein gutes Projekt. Das ist ja das ureigenste Evangelium. Jesus ist zu den Kranken und Schwachen gegangen, zu denen, die den Arzt brauchten. Er ist der Arzt, ja. Ja, das haben wir, glaube ich, alle so ein Stück weit verstanden. Und es tut unseren Patienten gut. Du hast das schon angedeutet, auch wir als Ärzte werden auch krank. Ja. Genauso die Pflegenden, die Therapeuten, also die Gesundheitsfachleute sind natürlich genauso. Menschen, die auch Krankheitserfahrung nicht umgehen können. Magst du uns Einblick geben, wo hast du, hast du und wo hast du in deinem Leben Erfahrungen mit einer Erkrankung gemacht? Ja, lange nicht und ich war lange gesund. Und vielleicht kannst du es nachvollziehen, wenn man jung ist und Arzt ist, denkt man immer, die anderen sind die Patienten. Das ist ja auch meistens so. Man steht immer auf der richtigen Seite des Bettes. Haben wir häufig mal so humorvoll ausgedrückt. Und wenn man selber krank ist, merkt man erst, wie die Patienten sich fühlen. Also wenn du auf irgendeinem tristen Flur einer Klinik als Patient auf einmal im Wartebereich sitzt und du denkst, so fühlt sich das an. Dann wurde mir klar, das wusstest du gar nicht, wie die Patienten das empfinden. Ich musste auch einmal eine Krebsdiagnose entgegennehmen als Information und dachte spontan, so fühlen sich die Patienten, wenn du ihnen das sagst. Das war mir nicht so klar. Also es ist schon so, wenn man selber nicht krank war, glaube ich, kann man bedingt nur jemand, der krank ist, verstehen. Deswegen haben auch Menschen, die was durchgemacht haben, vielleicht auch eine besondere Berufung, jemandem beizustehen. Sie können es besser. Und du fragst, wie es mir ging. Ich habe sehr, sehr positiv, jegliches freundliches Wort aufgenommen. Ich hatte mal eine Rhythmusstörung, ging mit 140 Frequenz über das ganze Wochenende endlich am Montag in die Klinik, weil ich erst dann behandelt werden konnte. Und wir fanden den Weg nicht zu dieser Station. Und eine blaue Dame oder grüne Dame, ich weiß gar nicht, blau oder grün. Grüne Dame heißen wir. Grüne Dame. In Hamburg, ja. Sie kreuzt unseren Weg und hielt inne und wies uns freundlich den Weg. Und ich dachte, wie wohltuend. Wie wohltuend. Jetzt bekam ich am, gestern, die Nachricht, musste nochmal eine Biopsie, geht um die Prostata, auch durchführen lassen und bekam die Nachricht, dass der Tumor, den ich da habe, nicht weitergewachsen ist. Oh ja, Gott sei Dank. Und der Arzt hat mir das so nett gesagt, so anteilnehmend. Schon allein das hat mir geholfen. Es hat mir gut getan und mich gestärkt. Und ich glaube, dass wir Ärzte da uns ermutigen lassen müssen und auch zur Kenntnis nehmen, was Freundlichkeit ausmacht. Ein freundliches Wort ist wie Honig sein, sagt die Heilige Schrift in den Sprüchen. Stärken, die Seele, erlarben sozusagen den armen Menschen. Ich bekam jetzt, als ich Anfang des Jahres pensionär wurde, ich bin ja immer noch ein bisschen tätig in meiner Praxis, die Diagnose einer nicht gutartigen Bluterkrankung eines Non-Hodgkin-Lymphons, was man leider nicht heilen kann, was aber eine relativ lange Verlaufszeit häufig mal hat. Und diese Diagnose habe ich schon, ich sage es mal salopp, wie ein Tritt in den Hintern empfunden, wie so ein Schlag in den Bauch. Und dachte, boah, das ist nicht schön. Da hatte ich gar keine Antwort so für mich. Nun habe ich tausendmal Menschen ähnliche Nachrichten sagen müssen. Und ja, als Christ denkt man, was soll das denn jetzt? Ich habe ein langes Berufsleben hinter mir und dachte, jetzt darf ich ein bisschen froh in die Zukunft schauen. Konnte das nicht verstehen. Und da muss man sich, glaube ich, ein bisschen Zeit geben. Und eine Hilfe ist, glaube ich, für mich die gewesen, dass, was ich schon eben andeutete, Jesus ist in alle Tiefen der Not mit hineingegangen, weiß also, wie man sich fühlt. Also kann ich mich ihm anvertrauen. Und dann auch dieses Vertrauen, was so langsam wieder kam, du willst, gut ist für mich. Du meinst es gut mit mir, auch in dieser Sache, wo ich das nicht so verstehen kann, aber du meinst es gut. Und dann auf einmal auch zu merken, wenn man sich weiter damit beschäftigt und in dieser Trauerphase auch steht, was willst du mich eigentlich lehren? Was kann ich an Segen auch daraus entnehmen? Es gibt ja ein Wort in der Heiligen Schrift, in den Psalmen, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Das war lange Theorie für mich. Aber wenn man selbst betroffen ist und weiß, das geht nicht unendlich, hoffentlich noch viele Jahre, dann ist es auf einmal, dann stehst du in dieser Phase zu lernen, ich muss das lernen. Das Leben ist begrenzt und ich darf dieses Leben, was ich noch bekomme, Gott weinen oder Gott in die Hand legen und sagen, mach etwas daraus. Ich möchte Segen sein für andere Menschen und ich möchte deinen Segen erfahren. Auf einmal wird so das, was du an Zeit erlebst, auch kostbar. Du kriegst als betroffener Mensch noch einen anderen Zugang zur zeitlichen Verfügbarkeit. Und dann glaube ich, dass, wie wir das häufig im Patientengottesdienst auch den Patienten sagen, kommt zur Segnung, wenn ihr möchtet. Und wir dürfen unsere Wunden Gott hinhalten. Das habe ich auch getan. Dass er sagt, das tut weh und diese Wunden hinhalten, das hat ja Anselm Grün mal so schön gesagt. Und er sagt, Gott möchte in diese Wunden, in unser Leben hinein, seine Liebe fließen lassen. Das ist, glaube ich, unheimlich tröstlich, dass man sagen kann, Herr, ich halte dir diesen Schmerz hin, aber du lässt deinen Segen und Frieden und deine Liebe da reinfließen in mein Leben. Sodass, wie Hildegard von Bing sagt ja, unsere Wunden können zu Perlen werden. Oder er möchte sie zu Perlen machen. Das klingt vielleicht ein bisschen romantisierend, aber ich glaube, dass da ist was dran. Dass da wird etwas Kostbares entsteht aus dieser Not. Und in dieser Phase bin ich gerade, das zu erleben. Also mein Onkologe macht mir Mut und sagt, wir können noch gut therapieren, das geht noch viele Jahre. Ja, so ist es. Danke, dass du so offen auch von dir persönlich berichtest. Das zeigt mir, wie sehr dieser Gedanke, wir dürfen uns Gott anvertrauen, sowohl in den Jahren, wo wir relativ unbeschwert unterwegs sein dürfen, wie in den Jahren, die schwerer geworden sind. Ja. Das lebt in dir und das finde ich sehr bewegend. Danke. Fiel mir nicht so leicht, mich dazu zu entscheiden, das auch so zu äußern. Aber ich, wir beide haben das entwickelt, dass wir Patienten zu Wort kommen lassen und auch davon ja Ermutigung erfahren, wie Menschen durch diese Täler ihres Lebens gehen. Und da dachte ich, das will ich jetzt, da will ich nicht kneifen. Ich möchte auch Menschen helfen, vielleicht mit meinem kleinen Beispiel. Ja, das ist wirklich unsere gemeinsame Erfahrung, dass in einer sensiblen Weise formuliert ganz viel Ermutigung davon ausgeht, wenn wir auch zu den schweren Stunden stehen, in denen wir sind. Lass uns vielleicht am Ende nochmal zwei Bereiche anschauen, die für dich auch ganz wichtig sind, die wir sicher nur streifen können. Ich weiß, dass du dich für die Männermedizin engagierst. Du hast eine reiche Vortragstätigkeit im Bereich der Männermedizin. Was bewegt dich in dieser Weise, Hilfe speziell für uns Männer anzubieten? Der Urologe behandelt zu 70 Prozent Männer und wenn du Männer dein ganzes Leben lang behandelt hast, dann weißt du auch, wo die Schwachpunkte von uns, dem starken Geschlecht liegen. Manchmal sind wir gar nicht so stark. Und wenn Männer auf den guten Weg irgendwie geführt werden können, kann ihr Leben sehr viel Segen sein. Haben immer für ihre Kinder, ganz besonders für die Jungs, ganz viel Einfluss. Und wenn ich sehe, dass so meine Tätigkeit dazu auch hilft, auf den richtigen Weg zu kommen, manchmal scheitern Männer auch. Und wenn Männer scheitern, hinterlassen sie auch so viel Traumata. Und ich glaube, da müssen wir unserer Spezies helfen. Und das liegt mir sehr auf dem Herzen. Ja, wunderbar. Also wenn du, wir wissen beide, fünf Jahre leben Männer weniger im Schnitt als Frauen. Ja, für 200 Männer werden das tausend Jahre nicht gelebter Jahre. Wir Männer können was verändern. Und wir können was verändern. Also wahrscheinlich nicht die vollen fünf Jahre. Aber wir können durch Leben, also da gibt es ja ganz viel Ernährung, Sport, richtiger Umgang mit dem Körper. Männer suizidieren sich im Alter, die Kurve geht hoch, das weißt du viel besser als Geriater. Und dass wir den alten Männern auch helfen, dass sie zurückfinden in Beziehungen. Ja, vielleicht können wir darüber mal ein extra Thema machen. Auch im Interview, weil das sehr reich und sehr wichtig ist, das Thema. Das ist großartig, dass du da unterwegs bist, um unserem Geschlecht speziell auch zu helfen. Du bist auch unterwegs in Afrika. Du bist gerade erst zurückgekommen von einem medizinischen Einsatz in Ghana. Sag doch zum Ende unseres Interviews nochmal einen Satz dazu. Denn unsere Verantwortung für eine gute Medizin hört ja nicht in Deutschland auf, sondern wir haben auch gerade als christlich engagierte Ärzte natürlich einen weiteren Horizont. Ja, ich gehöre zur Gruppe Die Ärzte für Afrika. Das sind Urologen und OP-Schwestern und Pfleger, die sich zu kleinen Formationen zusammentun und dann in sechs, sieben Diözesankrankenhäusern in Ghana Einsätze machen. Zweieinhalb Wochen. Dort wird viel operiert, vornehmlich Prostata, aber auch andere urologische Erkrankungen. Und dieser Verein lebt natürlich auch von Spenden. Ich will mal an einem Beispiel sagen, was da so läuft. Eine Einsatzgruppe war jetzt vor einigen Wochen da und haben einen jungen Mann, 20-jährig, vorgestellt bekommen, der eine Anomalie des Unterbauches hatte. Die Blase war offen geblieben als embryologische Störung. Seiner Entwicklung und der Urin lief raus. In Afrika, 35 Grad Hitze. Pampers halten den Geruch nicht auf. Kosten viel Geld. Es war eine Katastrophe für den Jungen. Er war deutlich entwicklungsverzögert. Und dann hat die Gruppe überlegt, wie sie ihm helfen kann. Und es wurde deutlich, also mit diesem kleinen Set wird das nicht möglich sein. Wir müssen ihn an die Universitätsklinik dort weiterleiten. Aber wer bezahlt das? Und der Verein lebt ja von einzelnen Menschen, die sich engagieren. Und dann fand sich eine der leitenden Mitarbeiterinnen, die sagte, ich werde das bezahlen. Und bezahlte dem jungen Mann die operative Behandlung in der Klinik. Mittlerweile ist er operiert, konnte nach Hause gelassen werden. Sein Leben, was ja unter diesem dunklen Vorzeichen sich nicht gut entwickelt hatte, auch körperlich nicht, hat jetzt eine neue Chance. Also das zu sehen, noch ein kleines anderes Beispiel, als ich jetzt vor zweieinhalb Wochen dort war, da wurde uns ein kleiner Junge, der aussah wie ein Dreijähriger vorgestellt, fünf Jahre alt war er, hatte großen Blasenstein, sah man Ultraschalltechnisch, und hatte zu einem Aufstau der Nieren geführt. Er sah aus wie ein Dreijähriger, war also auch deutlich entwicklungsverzögert. Und wir haben erst mal geklärt, woran das liegt, dass er diesen Stein entwickelt hat. Wir haben zystoskopisch gesehen, wie viel sind da, sind da mehrere, und konnten diesen Stein dann entfernen. Mein Kollege, der sehr erfahren war, hat das gemacht, ich habe ihm assistiert. Und danach war der Aufstau weg, Nierenaufstau führt zur Zerstörung der Niere all along. Und dieser kleine Junge hat das gut überstanden und hat jetzt eine Perspektive nachzuleben. Das ist natürlich großartig. Seine Eltern waren nicht in der Lage, das zu finanzieren. Das haben wir natürlich gemacht. Und man hat so den Eindruck, wenn man hier aus diesem relativ reichen Westen kommt, dort nach Ghana, dass wir die armen Leute dieser Welt nicht vergessen dürfen. Ja. Also mit dem Eindruck kommst du nach Hause. Ja, danke, dass du das auch berichtest. Denn Leben retten und Menschen segnen, das ist nicht nur etwas für uns hier in Deutschland, wo wir medizinisch unterwegs sind, sondern eben auch weltweit. Großartig dein Einsatz dort. Danke. Lieber Volker, ich habe ganz vielen Dank. Du hast so mutmachende Einblicke gegeben in dein Leben, in dein Glaubensleben, in dein berufliches Leben. Und ich glaube, das ist ganz kostbar für das, wie wir mit unserer eigenen Krankheit umgehen, wenn sie in unser Leben auftaucht oder mit unserem Wunsch nach Gesundheit. Aber noch viel näher mit einem Wunsch nach einem erfüllten Leben. Und da danke ich dir sehr, dass du uns so Einblick gegeben hast in dein Leben. Danke, lieber Georg.